Hallo! Es gibt mal wieder ein paar interessante Neuzugänge, die ich euch zeigen kann. Drei davon habe ich selbst gekauft. Zwei davon habe ich zugeschickt bekommen. Das zeige ich ja nicht unbedingt jedes Mal. Aber da irgendwie zeitgleich, fast zeitgleich, ein paar tolle Bücher bei mir eingetrudelt sind, mache ich es diesmal. Es sind alles Bücher, auf die ich mich auch sehr, sehr freue. Sollte eigentlich immer gelten, aber in dem Fall ist es wieder sowas von... Ich weiß gar nicht, womit ich zuerst anfangen soll. Ich zeige euch jetzt einfach mal das Buch, mit dem ich angefangen habe. Da waren auch noch nicht alle dieser Neuzugänge hier bei mir. Nämlich die Außerirdischen von Doron Rabinovici. Ist eine Neuerscheinung des Suhrkampferlages. Das habe ich zugeschickt bekommen und fand, dass es wahnsinnig interessant klingt. Es geht eben darum, dass Außerirdische auf der Erde landen und sie sind sehr, sehr friedfertig. Sie haben keinerlei Absicht, irgendeinen Krieg anzufangen oder Ähnliches oder die Erde zu erobern. Sie wollen friedlich mit den Menschen leben, wollen den Menschen auch was zurückgeben, also Vorteile bringen sozusagen für ihr tägliches Leben. Aber es gibt ein Problem. Sie ernähren sich von Menschenfleisch. Und dabei möchten sie aber nicht auf die Jagd gehen oder irgendwie Menschen ermorden, sondern sie möchten, dass sich die Menschen freiwillig opfern. Und dann gibt es irgendwann eine Show, eine TV-Sendung, in der Menschen antreten können. Und die drei Gewinner werden, naja, nicht getötet. Und die einen werden getötet und verfüttert. Ich habe mir von diesem Buch ziemlich viel versprochen. Eine sehr, sehr schräge Geschichte. Das Ganze ist ein bisschen langsam angelaufen, wurde dann aber immer interessanter. Von mir aus hätte das Ganze noch ein bisschen abgefahrener sein können. Ich bin noch nicht komplett durch, aber fast. Aber es gefällt mir schon mal sehr gut, also empfehlen kann ich es auf jeden Fall. Dann haben wir hier ein Buch, das zumindest ich auf Instagram sehr, sehr häufig gesehen habe in der letzten Zeit. Und ich habe mir lange überlegt, ob ich es lesen möchte oder nicht. Ich bin dann immer so ein bisschen da, wenn alles lesen muss, ich es wirklich auch noch lesen. Aber es interessiert mich schon sehr. Und zwar Und es schmilzt von, wieder mal ein Name, ich weiß nicht, Lise Spitt. Also sie ist Niederländerin. Sie ist keine Amerikanerin, also ich weiß nicht, wie lange man es ausspricht. Und das ist im Fischer Verlag erschienen und auch dieses Buch habe ich zugeschickt bekommen. Ja, es geht um eine sehr, sehr dramatische, sehr, sehr traurige Kindheitsgeschichte. Eine junge Frau, die von ihrer Kindheit erzählt und die in dieser Geschichte in das Dorf ihrer Kindheit zurückkehrt, wo ihre Familie auch noch lebt und einen Eisblock im Kofferraum hat und keiner weiß wieso. Es gibt solche und solche Stimmen zu lesen, Buch. Es gibt sehr, sehr begeisterte Stimmen. Es gibt Stimmen, die sagen, es ist eigentlich relativ langweilig bis zum großen Showdown dann sozusagen. Ich lasse mich einfach mal überraschen. Auf jeden Fall sind sich eigentlich fast alle einig, dass die Sprache zumindest sehr, sehr schön ist. Also selbst wenn es jetzt nicht so ereignisreich ist, soll wohl die Sprache zumindest toll sein. Ich bin gespannt. Es ist noch eingeschweißt. Mal gucken. Wie gesagt, ich will eigentlich alles sofort lesen. Also von daher gibt es da keine Präferenz. Dann die drei Bücher, die ich mir gekauft habe. Und zwar sind es einmal zwei Bücher von derselben Autorin, nämlich Han Kang. Ich hatte mir Menschenwerk vorbestellt. Und es ist irgendwie so typisch ich, weil ich ja schon mehrmals erzählt hatte, dass ich bei der Vegetarierin aufs Taschenbuch warte und dass ich zu geizig bin, um das Geld, also die 20 Euro für so ein schmales Hardcover auszugeben. Und was mache ich? Bestelle dieses Buch vor. Liegt nicht an mir. Nein, die anderen sind schuld. Nein, ich hatte in einer WhatsApp-Gruppe mit anderen Booktuberinnen, hatten wir es davon und auch überlegt gemeinsam zu lesen. Dann dachte ich, okay, ich bestelle es jetzt einfach vor. Es klingt auch interessant, obwohl ich jetzt nicht mehr genau weiß, worum es geht. Es geht um einen Jungen, der stirbt und dann um die Hinterbliebenen, wie sie wohl damit umgehen. Klingt hart. Und ich habe ja die Vegetarierin nicht gelesen, aber gekauft. Zeige ich euch gleich. Aber Han Kang war ja in dem Fall schon dafür bekannt, nicht ganz mainstreamig zu sein. Also eine vermeintlich harmlose Geschichte mit vielen Ecken und Kanten zu erzählen. Deswegen bin ich hierauf schon sehr gespannt. Und ja, die Spannung ist jetzt raus. Nein, also ich habe, wie gesagt, von Han Kang auch noch die Vegetarierin gekauft. Ich war letzte Woche auf einer Fortbildung und hatte danach noch Zeit am Bahnhof. Und was mache ich dann natürlich? Gehe in die Buchhandlung. Denn selbst wenn ich nichts kaufe und ja, das kann ich tatsächlich auch mal machen, finde ich es einfach toll, da ein bisschen rumzustöbern. Und dann habe ich dieses Buch hier im Taschenbuch dort gesehen. Ich wusste auch, dass es jetzt im Taschenbuch erschienen ist. Und wie gesagt, ich hatte ja schon immer vor, wenn es dann im Taschenbuch erscheint, es zu kaufen. Das habe ich jetzt auch getan und möchte das auch vor Menschenwerk lesen. Die beiden Bücher haben nichts miteinander zu tun. Es ist nur für meinen inneren Monk, dass ich die erste Erscheinung zuerst lese und dann Menschenwerk. Und in dieser Buchhandlung habe ich auch ein Buch gesehen, das ich mir sofort geschnappt habe und mitgenommen habe. Was auch immer der Preis sein mag, so ungefähr. Nämlich David Sedaris, Wer es findet, dem gehört es. Ich hatte diesen Autor erwähnt im Zusammenhang mit Wie man zur Masse von George Watzky, weil ich ja gehofft hatte, dass er so ein bisschen in die Richtung geht. Das war nicht unbedingt der Fall, was ja auch in Ordnung ist, aber ich hatte es irgendwie gedacht. Und ja, ich habe von ihm vor Jahren Bücher gelesen, von meinem Vater aus gelesen. Der mochte ihn auch ganz gern. Ich habe gelesen, ich einen Tag sprechen hübsch, nicht hübsch. Nicht, dass es so mehr Sinn machen würde. Ich glaube, ich habe nackt gelesen. Ich habe irgendwas mit Eulen und Diabetes gelesen. Das war noch das aktuellste. Und hier ist jetzt sein neuestes Buch. Ich hatte keine Ahnung, dass es erschienen ist. Es stand da so rum. Ich habe es mir sofort mitgenommen. Es gibt einfach so Autoren. Ich habe nicht mal wirklich geguckt, worum es geht. Wobei es ehrlich gesagt bei David Sedaris auch etwas hinfällig ist. Denn hier steht es auch schon drauf. Meine Tagebücher und ich, David Sedaris, erzählt im Normalfall von seinem eigenen Leben. Und das wahnsinnig gut. Also wirklich sehr lustig, auf den Punkt, aber nie irgendwie zu schräg oder zu abgedreht. Ach, ich weiß nicht. Ich mag es einfach enorm gerne und ich musste, musste, musste es mitnehmen. Und es ist auch noch wunderbar dick. Das heißt, ich habe hier einige Seiten Sedaris, auf die ich mich freuen kann. Wirklich. Ich bin glücklich, dass ich das zufällig gesehen habe. Es gibt Autoren, bei denen gucke ich immer mal wieder nach, ob etwas Neues erscheint. Aber ihn hatte ich dann irgendwie dafür nicht mehr so auf dem Schirm. Deswegen, ja, bin ich sehr, sehr happy. Bin generell sehr, sehr happy über diese Auswahl. Denn wie ich finde, ist es eine sehr abwechslungsreiche und spannende, wenn auch nicht immer mit ganz einfachen Themen. Ihr werdet die Bücher alle irgendwann in irgendwelchen Lesemonaten sehen, wenn sie denn dann kommen. Denn, let's face it, der Lesemonat September ist noch nicht da. Aber, Moment, das ist sowieso verkehrt. Der Lesemonat August ist noch nicht da. Er wird kommen, aber er ist noch nicht abgedreht. Ja, wie immer, schreibt mir gerne eure Meinung zu den Büchern. Habt ihr sie schon gelesen? Möchtet ihr sie noch lesen? Kennt ihr die Autoren? Was auch immer euch so einfällt. Ich freue mich sehr über all diese Bücher. Und denke mal wieder, ich habe viel zu wenig Lebenszeit oder Freizeit. Aber gut, wir sehen uns jedenfalls im nächsten Video dann wieder. Tschüss!